Hast du für den Mathe-Test morgen gelernt? Nein, habe ich nicht. Aber der Test ist doch morgen! Ja, ich lerne noch. Dann beeil dich! Ja, Papa, lass mich in Ruhe. Du fängst sofort an zu lernen! Ja, jetzt geh aus meinem Zimmer. Wirst du eine Eins bekommen? Ja, klar. Ich bin gespannt. Der Test wird eh voll einfach. Soll ich wirklich noch lernen? Oh, David hat mir geschrieben. Ich habe mich getraut, Mia zu schreiben. Was will er denn? Ich werde sie jetzt fragen. Oh mein Gott, meint er das ernst? Bitte sag ja. Ich fasse es nicht. Er will auf ein Date mit mir. Sag doch endlich ja. Soll ich ja sagen? Er ist schon süß. Oh Gott, er will sich gleich treffen. Okay, ich tue es. Warum braucht sie so lange? Ich gehe auf ein Date mit ihm. Haha, sehr gut. Mia will mich. Ich werde sie gleich küssen. Will er sich wirklich gleich treffen? Aber wir schreiben doch morgen einen Test. Vergiss den Test, Baby. Unser Date ist wichtiger. Hm, ich weiß nicht. Komm schon. Ich will dich sehen. Na gut. Wo treffen wir uns? Ich komme dich abholen. Mein Vater darf dich aber nicht sehen. Er rastet aus. Okay, ich passe auf. Sag mir deine Adresse. Dann komme ich. Peterstraße 5 Was machen wir denn dann? Das wird eine Überraschung. Können wir vor Nikos Haus gehen? Warum das denn? Nico soll uns sehen. Warum soll Nico uns sehen? Damit er eifersüchtig wird. Findest du das nicht blöd? Nein, ich will es Nico heimzahlen. Na gut. Ich bin gleich da. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich, Süße. Ich kann nicht glauben, dass ich ja gesagt habe. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich muss mir schnell was Süßes anziehen. Dann muss ich Mama und Papa anlügen, damit ich raus kann. Gut, dass Nico mit Mia Schluss gemacht hat. Jetzt werde ich mir Mia klären. Muss ich mich eigentlich noch umziehen? Nein, Unsinn. Ich sehe wie immer gut aus. David sieht voll gut aus. Mein Outfit muss süß sein. Das sieht so schön aus. David wird es bestimmt gefallen. Ich hoffe, Nico sieht auch, wie süß ich aussehe. Es wird ihm leid tun, dass er mich verlassen hat. Jetzt muss ich mich irgendwie von zu Hause rausschleichen. Ich versuche erstmal durch die Haustür zu gehen. Hoffentlich sind Mama und Papa nicht in der Küche. Soll ich meine Jacke mitnehmen? Ach egal, brauche ich nicht. Ich glaube, die sind im Keller. Gut, meine Eltern sind nicht in der Küche. Das machst du gut, Schatz. Ja, ich werde immer besser. Ja, du bist schon ein großer Junge. Hehe, ja. Ich muss leise zur Haustür gehen. Gut, hier ist auch niemand. Das ist meine Chance abzuhauen. Oh nein, sei leise, Balou. Meine Eltern könnten dich hören. Oh mein Gott, sei doch leise. Was war das? Ich glaube, das war Balou. Was hat er denn? Es ist wahrscheinlich nichts. Pst, Balou. Ich werde mich mit einem Jungen treffen. Nein, sei sofort leise. Oh Gott, das haben Mama und Papa bestimmt gehört. Das stimmt etwas nicht. Geh mal gucken, Paul. Ich muss hier weg. Alles deine Schuld, Balou. Böser Hund. Ich gehe mal schauen, was los ist. Mach du die Wäsche so lange. Dann bügelst du aber später. Äh, na gut. Ich renne einfach raus. Die kriegen mich nicht. Warte hier. Ich habe es geschafft. Jetzt muss ich schnell aus der Tür raus. Was ist los, Balou? Hast du Hunger? Oh nein, das ist Papa. Ich muss schnell aus der Tür laufen. Das war doch die Haustür. War das Mia? Aber die hat doch Hausarrest. Mia! Ich ziehe mir doch schnell eine Strickjacke an. Es könnte kalt werden. So, das ist besser. Jetzt muss ich zu Mia. Sie wartet bestimmt schon. Mia! Oh nein, was mache ich jetzt? Bleib wo du bist! Wohin gehst du? Ähm. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ja, 21 Uhr. Und warum bist du dann draußen? Außerdem hast du noch Hausarrest. Ich muss mir eine Lüge ausdenken. Jetzt sag schon! Ich bin gleich vor Mias Haus. Bestimmt verliebt sich Mia sofort, wenn sie mich sieht. Ich sehe zu gut aus für diese Welt. Gehst du wieder auf eine Party? Nein, das mache ich nicht. Warum verlässt du dann das Haus, wenn du es nicht darfst? Ähm. Ich wollte zu Maria gehen. Warum? Ihr seht euch doch morgen in der Schule. Wir wollen für den Mathe-Test morgen lernen. Oh, echt? Ja, ich lüge dich nicht an. Das würde ich nie machen. Moment mal. Warum hast du so schöne Sachen an, wenn du nur lernen gehst? Das ist sehr merkwürdig, Mia. Wie soll ich das erklären? Verdammt. Ich bin jetzt in der Peterstraße. Da hinten ist die Hausnummer 5, wo Mia wohnt. Ich bin gleich da, Baby. Ich habe die Sachen an, weil... Weil? Weil ich Maria dieses Outfit zeigen möchte. Ach so, okay. Dann kannst du gehen, mein Schatz. Ah, da hinten sehe ich Mia. Und ich glaube, das daneben ist Mias Vater. Oh Gott, da kommt David. Geh einfach weiter, David. Wer bist du? Ich bin David. Kann ich dir helfen? Äh, nein. Warum stehst du dann vor meinem Haus? Ich bin hier um. Kennst du diesen jungen Mia? Halt doch die Klappe, David. Äh, nein. Ich muss etwas unternehmen. Ah doch, ich kenne ihn. Er ist Marias Freund. Ah, ich wusste gar nicht, dass Maria einen Freund hat. Ich auch nicht. Sei doch leise, du Idiot. Schön, dich kennenzulernen, David. Danke, Bruder. Ich bin zwar nicht dein Bruder, aber egal. Ich gehe jetzt rein, Schatz. Bleib nicht zu lange bei Maria. Äh, alles klar, Papa. Ich muss auch kurz zu Maria. Ich begleite dich. Danach könnt ihr lernen. Gute Idee. Pass auf meine Tochter auf. Na klar. So ein gut erzogener Junge. Naja, ich muss jetzt rein, mein Schatz. Lernt fleißig. Äh, ja, Papa. Ich bin doch eine gute Schülerin. Haha, nein. Bis später, mein Schatz. Bleib nicht zu lange. Hey, Süße. Hey, David. Lass uns gehen. Du siehst echt heiß aus, Beep. Danke. Aber warum hast du diese Klamotten an? Was meinst du? Das ist voll langweilig. Bauchfrei wäre heißer gewesen. Mir gefällt es aber. Ja, schill mal. Ich habe doch nichts gesagt. Na gut. Wie viele Freundinnen hattest du bis jetzt? 17. Und wie viele Freunde hattest du? Findest du das nicht viel? Nein, ich finde das sogar wenig. Ich hatte nur einen Freund und das war Nico. Vergiss Nico. Jetzt bin ich da. Wählst du noch zu seinem Haus? Ähm, ja. Ich denke schon. Okay, lass uns dahin gehen. Ob das so eine gute Idee war? Mir ist kalt. Warum hast du denn keine Jacke? Die habe ich vergessen. Bestimmt gibt er mir gleich seine Strickjacke. Das wäre so romantisch. Dann hast du Pech gehabt. Gibst du mir nicht deine Jacke? Nö, warum sollte ich? Dann wäre mir doch kalt. Ich verstehe. Was ein Idiot. Komm, lass uns zu Nicos Haus. Okay, mal sehen, ob er überhaupt zu Hause ist. Hier wohnt Nico. Meinst du, er sieht uns vom Fenster aus? Ja, lass uns küssen. Ich küsse dich nicht beim ersten Date. Warum gehen wir dann überhaupt auf ein Date? Weißt du was? Was denn? Du kannst mich mal. Oh, da ist Nico. Was macht ihr denn hier? Er sieht so toll aus. Wir haben ein Date und gehen spazieren. Ich verstehe. Das ging aber schnell mir. Ähm, ja. David hat mich gefragt. Ist dir nicht kalt? Soll ich dir eine Jacke bringen? Nein, aber danke Nico. Er ist einfach so ein perfekter Mensch. Ich will ihn zurückhaben. Dein Outfit ist auch sehr schön. Es steht dir wirklich gut. Ähm, danke Nico. Wie kann man nur so toll sein? Viel besser als dieser Idiot. Was guckst du so? Ich sehe voll gut aus, oder? Naja, ich gehe mal rein. Viel Spaß euch noch. Du siehst traurig aus mir. Ist was? Nein, es ist nichts. Na gut. Bis dann. Küssen wir uns jetzt? Nein, lass mich in Ruhe. Du bist eh voll langweilig. Ich will Nico zurück. Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch eine Folge zu sehen.